Tja, Garten und Natur, das ist hier das große Stichwort. Und ich meine, draußen ist ja herrlich, das Wetter, um jetzt mal endlich raus in den Garten zu gehen, die Sonne zu genießen und vielleicht auch so ein paar schöne Accessoires zu genießen. Vielleicht sind Sie ja auch glücklicher Besitzer eines Gartenteiches. Das ist was so unglaublich Schönes. Also die Fische zu beobachten und das Plätschern und vielleicht noch so ein paar schöne Seerosen. Macht viel Arbeit, ne? Wir haben jetzt was für Sie, da können Sie das Ganze trotzdem genießen mit ganz wenig Aufwand. Ne, Karsten? Eben, überlegen Sie mal, Sie haben einen bestehenden Gartenteich. In diesem bestehenden Gartenteich müssten Sie jetzt, wenn Sie einen Springbrunnen integrieren wollen, natürlich Wasser ablassen, Teichfolie aufschneiden, denn Sie müssen ja den klassischen Pinöpel, sozusagen, warum sitzen wir eigentlich so im Dunkeln hier? So, geht so, jetzt, ach, ein schwingender Bäume. Jetzt überlegen Sie mal, Gartenfolie auftrennen, ganz klassisch den Sprinkler mit Schlauchsystem verbuddeln, dann alles wieder zumachen und Wasser wieder auffüllen. Das heißt, alles das, was Sie sozusagen an Wasserpflanzen über die Jahre angesetzt haben, ja, müssten Sie herausnehmen. Das wäre natürlich relativ zeitaufwendig und es wäre vor allem schade. Und da haben wir gedacht, Moment mal, da muss es doch eine Möglichkeit geben, eben diese ganzen Arbeitsschritte zu umschiffen im wahrsten Sinne des Wortes. Und bei umschiffen ist uns eingefallen, ein Springbrunnen, der schwimmt. Das wäre natürlich ein tolles Produkt. Und da haben wir es für Sie, hier steht es auf dem Tisch, das ist unser schwimmender, gucken Sie mal, so bewegt er sich dann, Solarspringbrunnen. Und wie das aussieht, das würden wir Ihnen gerne mal in einem Film zeigen, denn es ist ganz einfach, einfach auf die Wasseroberfläche legen und los geht es. Da sehen Sie es. Also das ist wirklich ganz klasse gemacht, denn dadurch, dass wir eine Solarzelle oben aufgebracht haben, brauchen wir eben, wie gesagt, keine störenden und lästigen Kabel. Und jetzt schauen Sie mal, wie schön das funktioniert. Der sprüht hier eine bis zu 70 Zentimeter hohe Fontäne. Und ich finde schon, alleine dieses plätschernde Geräusch hat so etwas unglaublich Beruhigendes. Es hat tendenziell was unglaublich Beruhigendes, es sei denn, Sie sitzen draußen und haben ein wunderschönes Grillfest und haben drei bis vier Bier getrunken. Dann könnte das Plätschern einen sehr treibenden Effekt haben. Nein, aber ich stelle mir gerade so vor, im Liegestuhl, Bikini. Klar, also für mich als Hamburger ist eine Wasserfontäne sowieso schon mal ein Heimatgefühl. Denn, wenn Sie die Alster kennen, da haben wir so einen Springbrunnen in der Mitte in extrem groß für das ganze Jahr installiert. Und jetzt sehen Sie natürlich da den klassischen Streu, also den klassischen Streuaufsatz. Und dann können Sie natürlich den auch weglassen. Dann kommt da wie in Hamburg in der Alsterfontäne ein großer Strahl raus, der dann klassisch wegkippt. Also, erstens ist es schön. Und zweitens, ein wichtiger Faktor, das kennen Sie natürlich ganz klassisch, wenn Sie einen Gartenteich besitzen, der muss natürlich auch belüftet werden. Also klingt komisch, aber ist ja wirklich so. Das Wasser muss in Bewegung sein, sonst kippt er eigentlich mal schnell um. Und dann wäre natürlich alles das, was Sie an Fisch und Frosch drin haben, das wäre dann natürlich in Gefahr genauso Ihre klassischen Pflanzen. Dann haben wir natürlich gedacht, wenn wir schon bei Fisch und Frosch sind, dann zeige ich Ihnen mal eben kurz die Unterseite. Hier wird definitiv nichts angesogen, was sozusagen nicht angesogen werden sollte. Das heißt, hier passiert nichts mit der Fauna, mit der Flora. Hier können Sie sicher sein, dass wirklich nichts auszusehen durch die Pumpe abgerissen wird. Hier ist ein Filterschutz davor. Einfach aufsetzen, es schwimmt und hier oben geht's los. Tolle Geschichte, vor allem für 35 Euro und 6 Cent. Ich glaube, im Baumarkt würde man da viel mehr bezahlen, wenn es da überhaupt diese tolle Technik gibt. Ich meine, das Ganze ohne Kabel zu verlegen, einfach nur dank der lieben Sonne. Denn hier sehen Sie nochmal schön, die Solarzelle ist natürlich ein richtiger Knüller. Und dadurch, dass wir es auch grün gemacht haben, sieht so ein bisschen aus von Weitem wie so ein Seerosenblatt. Also passt natürlich farblich optimal zum Teich. Und jetzt sollten Sie zuschlagen, NC 6992 und die 569 für unseren schwimmenden Teichspringbrunnen mit Solarbetrieb. Denn so günstig kriegen Sie ihn nirgendwo anders. Und seien Sie sich auch mal sicher, wenn es keine Sonneneinwirkung ist, also nachts, werden Sie nicht vom Plätschern geweckt. Denn dann hat der gute Freund natürlich Pause. Das ist ein tolles Produkt und vor allem zu dem Preis, denn wir haben schon drüber gesprochen, Kabel verlegen, all das, Koshi fällt weg. Ich muss also nicht meinen Gartenteich aufstemmen und alles an Wasser ablassen, sondern einfach nur den kleinen Freund einsetzen und los geht es. Dann haben wir natürlich aber noch was für Sie, nämlich unseren 2 in 1 Springbrunnen mit externer Solarzelle. Und das finde ich besonders praktisch, denn es ist klein und es ist einfach mal richtig kompakt. Ja, und das zaubert vor allem den wunderschönsten Wasserzauber und vor allem kann ich es hier auch flexibel einsetzen. Das ist jetzt wirklich ganz toll, weil hier haben wir sogar, und das finde ich ja genial, ich kann das Ganze per Fernbedienung steuern. Das finde ich auch toll, oder? Ich finde es super, Sie müssen einfach nicht rauslaufen, sondern können auf der Terrasse sitzen und sagen, Wasser marsch, Wasser stopp. Wasser marsch, Wasser stopp. Und das Ganze mit dieser kleinen und kompakten Fernbedienung, wie simpel das funktioniert, das haben wir Ihnen hier mal vorbereitet, auch ganz einfach zu montieren. Sie sehen es, das ist nicht schwierig. Das funktioniert ganz einfach mit diesem kleinen Kabel, diesem Gerät, den Aufsetzen und der Solarzelle. Praktisch. Und wenn Sie sehen, dass die Solarzelle so eine klassische Bilderrahmenfunktion hat, wie Sie da jetzt gerade sehen, die haben wir natürlich jetzt mal so verbaut, dass Sie sie ganz toll im Fernsehen, also jetzt in diesem Film sehen können. Aber seien wir doch mal bitte ganz ehrlich, die können wir ja auch irgendwo so verstecken, dass man sie direkt von der Terrasse aus nicht sieht. Und dann haben Sie trotzdem eine Springbrunnenfunktion. Wenn Sie jetzt mal ins Gartencenter gehen und sich zum Beispiel sagen, okay, ich lasse mich mal beraten, ich möchte aus meinem Teich einen Teich mit Springbrunnen machen, dann werden Sie feststellen, dass 37,91 Euro für unseren kleinen Wunderspringbrunnen definitiv ein Angebot ist, wo Sie zugreifen sollten. Sie sollten sich allerdings nicht zu viel Zeit lassen, denn Sie können das gute Stück natürlich 365 Tage, 24 Stunden am Tag bestellen. Aber dann gilt eben nicht der Preis, den Koshi und ich Ihnen jetzt möglich machen, denn in zwei Stunden, selbst wenn Sie im Callcenter bitten und flehen, wird der Preis wieder auf den normalen Pearl.de-Preis zurückfallen. Also sollten Sie jetzt anrufen und einfach sagen, gut, ich bestelle das gute Stück. 0,180, 51,51, dreimal die zwei. 37,91 Euro ist das gute Stück. Koshi sprach drüber, Fernbedienung ist dabei, Solarzell ist dabei, 10 Meter Reichweite. Da sehen Sie es nochmal, das sieht doch toll aus und das ist einfach wirklich schön. Denn erstens tun Sie Ihrem Gartenteich, den Bewohnern Ihres Gartenteiches, was Gutes. Zweitens tun Sie sich was Gutes. Und drittens erzeugen Sie wirklich ein schönes, romantisches Sommergefühl. Ich finde es toll, 37,91 Euro, da sehen Sie nochmal die Fernbedienung, so einfach und so simpel funktioniert das. Da sollten Sie wirklich einfach jetzt anrufen und im Callcenter sagen, hätte ich gerne, denn 48 Stunden brauchen wir. Und dann kann ich Ihnen sagen, dann kann die nächste Woche schon mit richtig tollem Springbrunngefühl im Garten beginnen. Das Stellnummer hierfür ist die NC6993 und die 569. Und wir machen jetzt richtig dekorativ weiter. Sie müssen sich jetzt mal vorstellen, Sie sitzen abends gemütlich auf Ihrer Terrasse, auf Ihrem Balkon, haben auch einen schönen Teich. Und dann, wenn es so leicht anfängt zu dämmern, dann sind da kleine, zarte, weiße Blüten, die plötzlich in allen möglichen Regenbogenfarben schimmern. Klingt toll, ist auch so. Wie auf Stichwort, liebe Zuschauer, wenn wir das mal, wenn es leicht anfängt zu dämmern und schon wird es im Studio ein bisschen dunkler. Das finde ich halt ganz schön. Gucken Sie mal, so toll sieht das aus. Und, oh, ist das nicht schön? Gucken Sie mal hier. Das sind unsere LED-Wasserrosen mit Farbwechsel. Dreier-Sets haben wir hier für Sie vorbereitet für 9,41 Euro. Und stellen Sie sich doch jetzt mal folgende Situation vor. Ihr Gartenteich, Ihr wunderschöner Gartenteich. Sie haben Gäste eingeladen zu einem großen Grillfest. Der Springbrunnen, den wir Ihnen eben schon empfohlen haben und den wir zu einem Preis gerade für Sie möglich gemacht haben, der einzigartig ist, der ist in Betrieb. Und dann packen Sie diese tollen, leuchtenden Blüten in Ihren Gartenteich. Gucken Sie mal, das sieht doch richtig toll aus. Die schwimmen, das sieht aus wie Hollywood-Film. Da gab es doch diverse Filme, wo irgendwelche Leuchtelemente in Gartenteichen waren. Julia Roberts zum Beispiel war davon sehr gerührt. Ich kann Ihnen sagen, damit sind Sie ganz weit vorne. Drei Stück für 9,41 Euro statt 19,90 Euro. Ich finde es super. Ich finde die auch total schön. Also die sehen richtig geschmackvoll aus. Und ich meine, wir haben die jetzt hier in einer kleinen Wasserschüssel. Jetzt stellen Sie sich mal vor, auf einem Riesenteich, wenn die sich dann auch wirklich die Möglichkeit haben zu bewegen. Wenn die dann wandern und sich hier wirklich hin und her fortbewegen. Wir können ja mal zwei, drei rausnehmen. Genau. Und dann sehen Sie mal, wie schön die dann hier hin und her schwimmen. Klar, draußen ist ja auch ein bisschen windig. Dann haben Sie vielleicht noch ein paar Fische. Dann bewegt sich das hier. Ich finde das ganz toll. Sieht richtig schön aus. So. Ups. Überlegen Sie mal. Lassen Sie mal unsere Freunde einfach mal schwimmen. So, das wäre jetzt ein Vierer-Set. Wir machen jetzt mal das passende Dreier-Set für 9,41 Euro. 53 Prozent Preisnachlass. Also 9,41 Euro. Unter 10 Euro für diese wirklich tollen LED-Wasserrosen. LED heißt natürlich, klar, Stromspartechnik. Das heißt, die halten auch richtig lange und leuchten und leuchten und leuchten und leuchten. Und denken Sie an eine Sache. Das ist der Preis, der jetzt möglich ist. Und wenn Sie in zwei, knapp zwei Stunden, zehn Minuten anrufen sollten und sagen, gut, die hätte ich gerne, dann muss ich Ihnen leider sagen, dann wird es wieder 19,90 Euro kosten. Denn das ist unser Koshi und Spengemann bieten es Ihnen jetzt an Preis. Also ganz ehrlich gesagt ist es der klassische Angebotspreis, den wir Ihnen natürlich hier bei Pearl TV möglich machen. Und dieser Preis gilt dann genau 120 Minuten. Sie können natürlich auch nochmal nachsehen unter www.pearl.tv. Da werden Sie genau das erleben, was wir Ihnen gerade beschrieben haben. Wenn Sie in zwei Stunden, fünf Minuten nachgucken, dann werden Sie diese Rosen nicht mehr finden. Denn dann sind nur noch die Produkte zu sehen, die in den letzten 120 Minuten vorgestellt wurden. Das heißt, bitte lassen Sie sich nicht zu viel Zeit mit Ihrer Überlegung. Denn für 9,41 Euro ist der Punkt einfach mal ganz ehrlich der. Wenn Sie einen Gartenteich haben, sollten Sie die bestellen. Denn die sind wunderschön und die machen einfach mal richtig viel her. Und wenn Sie jetzt nicht, sagen wir mal so, der Rosenfanatiker sind, sondern eher sagen, ich bin Lilienfreund, dann haben wir natürlich auch das Richtige für Sie. Genau, denn das sind hier unsere Wasserlilien. Und eine Wasserlilie gehört einfach in den Teich. Das ist doch ganz klar. Aber auch die sind normalerweise richtig teuer, pflegebedürftig. Und die verblühen ja natürlich auch mal. So, und die haben Sie eigentlich immer. Und Ihre Wasserlinien, eine richtige Wasserlinie, die leuchtet ja auch nicht. Die sieht zwar schön aus, aber unsere leuchten. Gucken Sie mal, da sehen Sie so einen kleinen Gartenteich. Da war es schon wieder weg. Also das sieht wirklich richtig schön aus. Und die funktionieren mit Dämmerungssensor. Das heißt, sobald es dunkel wird, fangen diese an zu leuchten. Ich finde es toll. Überlegen Sie mal. Sie haben ganz romantisch um den Teich zum Beispiel herum gedeckt. Schöner Tisch, Tischdecke, schöner Weinkühler. Der Wein steht kalt und Sie sagen sich, so, ich setze mich jetzt mit meiner besseren Hälfte hin. Was ist denn schöner, als wenn Sie wirklich zum Beispiel so wie da so einen kleinen eingemauerten Wasser-Teich haben? Und da drauf leuchten zum Beispiel diese Wasserlilien. Das ist einfach mal richtig toll. Es sieht vor allem realistisch aus. Wir haben hier wirklich ein klassisches Wasserlilienblatt. Und da sehen wir es nochmal im Film. Eben habe ich ihn schon angekündigt. Jetzt sehen Sie ihn. Gucken Sie mal. So toll sieht das aus, wenn die da drauf schwimmen. Und jetzt überlegen Sie mal, jetzt kommt die Dämmerung und dann leuchtet das. Und da ist selbst so ein kleines Wasserbassin. Einfach mal wirklich was Tolles und was Traumhaftes. Das sieht einfach toll aus. Und für 14,16 Euro, überlegen Sie mal, ein Vierer-Set mit Dämmerungsautomatik. Das ist ein Preis, da sollten Sie zugreifen und da müssen Sie zugreifen. Und wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, wir hatten einen Springbrunnen für Sie. Wir hatten noch einen Springbrunnen für Sie. Wir hatten ganz klassisch die Rosen, die leuchten. Und jetzt haben wir die Wasserlilien. Und jetzt machen wir es im Studio nochmal richtig schön dunkel, damit die Koshi auch mal in so ein romantisches Gefühl kommt mit mir hier und nicht immer sagt, Mensch, ist nur Arbeit. Guck mal, so, und jetzt stell dir mal vor, das wäre hier unten so schön wie da, dieses kleine Wasserbassin. Wir sitzen eben an diesem Tisch und dieses Licht umspielt uns, während wir hier sitzen. Ich finde es toll, da sollten Sie wirklich zugreifen, denn da ist einfach mal wirklich an alles gedacht worden. Es ist ein Dämmerungssensor drin, das heißt, die leuchten nicht immer. Und es ist ein harmonisierender Sechsfach-Farbwechsel garantiert. Das heißt, blau, grün, rot, lila, gelb und silber. Das heißt, hier kommt auch niemals Langeweile auf. Das stimmt. Vielleicht bestellen Sie sich noch ein zweites Set mit dazu, wenn Sie einen sehr großen Teich haben. Da sieht das natürlich auch wunderbar aus. Sehr geschmackvoll und die sind eigentlich von einer echten Wasserlinie gar nicht zu unterscheiden. Also man sieht auf den ersten Blick gar nicht den Unterschied, dass es sich hier um Kunstwasserlinien handelt. 14,16 Euro ist ein Knüllerpreis, liebe Zuschauer. Und das im praktischen Viererset. Das verzaubert Sie und Ihre Gäste mit einem traumhaften Farbenspiel. Schlagen Sie zu, denn der TV-Sonderpreis, der gilt nur die nächsten zwei Stunden. Und wenn wir jetzt schon vom Teich gesprochen haben, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu folgendem. Wir reden ja gerne immer darüber, also Korsi und ich, wenn wir draußen Gartensendungen machen, dass eine Rasenfläche gut aussehen sollte. Dass sie gepflegt sein sollte und dass sie so einen leichten Golfplatzcharakter, also dieses satte, dunkle Grün, was Sie jetzt im Sommer garantiert ganz oft sehen werden, wenn Sie sich die Fußball-Weltmeisterschaft angucken. Da gucken Sie meistens auf dieser Totale, wenn die Kamera so von ganz oben guckt, dann sieht das ganz toll grün aus. Um das zu Hause auch hinzukriegen, bedarf es eigentlich viel Arbeit, viel Dünger oder das richtige Equipment. Und da haben wir uns gedacht, wir kombinieren Rasenpflege-Equipment mit dem, was man zu Hause braucht, wenn es richtig Sommer ist und wo sich meistens die Kinder oder Enkelkinder richtig drüber freuen würden. Denn wir haben jetzt für Sie unsere 3 in 1 Multi-Gartendusche. Ja, da steht die Gartendusche und damit können Sie nicht nur sich duschen, sondern natürlich auch den Rasen sprengen und den Rasen vor allem mit zum Wassernebel überziehen, wo Sie garantiert danach glücklich sind, dass Sie einfach dieses Gerät haben, da Ihr Rasen danach immer grüner und immer grüner und immer schöner wird. Also, das ist unsere Royal Gardener 3 in 1 Gartendusche mit Rasensprinkler und Rasennebler. 23,66 Euro, also 53% Preis nach Lass. Wahnsinn. Das war der Knaller. Da kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen, selbst wenn man jetzt keinen grünen Daumen hat, hier einfach nur die Dusche bzw. den Sprenkler einschalten und schon wird wirklich der ganze Rasen hier schön bewässert. Oder einfach ein toller Spaß für die Kinder im Sommer oder Erwachsene, wenn man wirklich, wenn es richtig heiß ist und das war es definitiv letztes Jahr, dann ist so eine erfrischende Dusche wirklich Gold wert. Und Sie sehen es ja auch von der Montage her, super einfach anzuwenden, einfach die Gelenke hier übereinander und schon geht es los. Und Sie haben es eben gesehen, unsere Kollegin musste regelrecht flüchten. Das liegt nicht daran, dass das gute Stück auch zur Seite spritzt, sondern dass sie ein bisschen wasserscheu ist. Aber Sie haben jetzt gesehen, es ist so dieser klassische nach oben Regeneffekt. Das heißt, hier wird nicht der Rasen direkt gesprengt, so wie man das früher gemacht hat, wo man dann Schimpfe gekriegt hat, weil dann die braunen Flecken entstanden sind, wenn doch die Sonne schien. Sondern wir erzeugen so einen regelrechten Nebel. Das heißt, das Wasser fällt und kommt somit auch immer an die richtigen Stellen. Nicht der Rasensprenger, der nur in einem Radio sprüht, sondern hier verteilt sich das Wasser in der Luft und setzt sich dann genau dahin, wo es hingehört. Also so wie der Regen, der im Sommer meistens dann ausbleibt. Und wenn wir schon von Sommer reden und von Regen reden, dann reden wir natürlich auch von Dusche. Also wir stellen sozusagen den kleinen Raum mit Regen nach für zu Hause. Und gucken Sie mal, hier einfach mit dem klassischen Gefälle, da müssen Sie die Dusche nicht nachjustieren, sondern so fällt das Wasser. Ich finde es ein tolles Gimmick, denn ich kann mich daran erinnern, hat mein Opa mir damals gekauft, das war allerdings nur knapp Ende der 70er, hat ein Heidengeld gekostet und ich war richtig stolz drauf. Denn ich konnte dann nach dem Spiel im Garten einfach auch toll duschen. Und da gab es nicht die Möglichkeit, ein Kombi-Equipment, sondern mein Opa hat nur die Dusche gekauft und hat dafür richtig viel Geld bezahlt. Jetzt einfach im Angebot mit Rasensprinkler und Wassernebler. Sollten Sie zugreifen, denn wenn Sie jetzt ins Gartencenter gehen, weiß ich nicht, also ich persönlich weiß es nicht, ob Sie da ein tolles Dreierset zu diesem Preis bekommen würden. Bin ich mir auch ehrlich gesagt nicht sicher, denn Pearl bedeutet Innovation zu einem tollen Preis. Und der tolle Preis, den sehen Sie da, ist 23,66 Euro. Und nochmal, Sie sollten sich wirklich, wenn Sie sich für dieses Produkt entscheiden, nicht zu viel Zeit lassen. Denn der Preis gilt nur zwei Stunden, egal ob im Callcenter oder 0180 51 51 3x2 oder im Internet unter www.pearl.tv. Das waren die Produkte, die wir für Sie hatten. Und wir fangen nochmal von vorne an, damit Sie, wenn Sie gleich sich entscheiden zu bestellen, auch genau wissen, was Sie sich bestellen müssen und wie die Bestellnummer ist. Wir haben angefangen mit unserem schwimmenden Teichspringbrunn mit Solarbetrieb. Meine Kollegin hat es gesagt, es sieht von Weitem sogar aus wie die klassischen Seerosenblätter. Qualitativ hochwertig, ist von einem Markenhersteller von Royal Gardenier. Und somit bleibt Ihnen erspart, die Gartenteichfolie aufzureißen, das Wasser abzulassen und alles trocken zu legen. Einfach das gute Stück einsetzen und schon haben Sie einen Springbrunn. 35,06 Euro, die Bestellnummer haben Sie gesehen. Sollten Sie sich merken, sollten Sie anrufen und das ist wirklich mal ein Knaller. Das, was Sie hier sehen, das ist unsere 2 in 1 Springbrunn mit einer externen Solarzelle. Das heißt, die Solarzelle muss jetzt nicht zwingend direkt am Teich stehen, sondern die können Sie da auch so positionieren, dass man sie nicht unbedingt sieht. Und das Ganze ist natürlich auch noch fernbedienbar. Das heißt, wir liefern Ihnen eine Fernbedienung mit. Hier sehen Sie sie nochmal mit einer Reichweite von bis zu 10 Meter. Das heißt, bequem vom Liegestuhl aus können Sie das Ganze dann steuern. Und für 37,90 Euro ein super Preis. Ich bin immer noch sparrlos. Die sind wirklich so schön, dass ich sage, die sollten Sie sich hundertprozentig einfach bestellen. Wasserrosen mit Farbwechsler im Dreier-Set. LED-Technik. Gucken Sie mal, wie schön das aussieht. Die wechselt die Farbe durch. Und die ganzen wirklich Leuchtelemente im Gartenteich kombiniert mit dem nächsten Angebot. Die machen einfach richtig was her. 9,41 Euro. Die Bestellnummer ist die NC 2048569. Und da haben wir für Sie mal so einen kleinen, ich sage mal improvisierten Gartenteich für Sie vorbereitet, damit Sie das auch besser sehen können, wie toll das aussieht. Das sind unsere Wasserledien. Und die findet zum Beispiel meine Kollegin Frau Kosch ganz toll. Die sind wunderschön. Die haben nämlich außerdem noch einen Dämmerungssensor. Das heißt, sobald es ein bisschen dunkel wird, schalten die sich ein und leuchten in allen möglichen Regenbogenfarben rot, blau, grün, gelb. Und sie schalten sich natürlich auch automatisch wieder aus. Also sobald es wieder hell wird, schalten die sich aus. Ganz tolle Geschichte. Vor allen Dingen ein Vierer-Set für unter 15 Euro. Und da haben wir es für Sie, unser Royal Gardenier 3 in 1 Gartendusche, Rasensprinkler und Wassernebler. Ein 3 in 1 Set mit einfacher Steckbuchsen-Technologie. Da sehen Sie es. SC aus Seevetal, und das ist übrigens ein Vorort von Hamburg, schrieb schöne Zusammenstellung für den Sommer, alles in einem Gerät. Und genau das ist der Punkt. Alles in einem Gerät für 23,66 Euro. Eine Preisersparnis von 53 Prozent. Die ist jetzt möglich. Durch Duschen im Garten oder den Rasen duschen. Da würde ich einfach mal sagen, sollten Sie jetzt anrufen. 0180 51 51 3x2. Oder Sie können sich natürlich das auch im Internet nochmal ganz in Ruhe ansehen. Und in unserem Online-Shop sich das dann zusammenstellen. www.pearl.tv Aber eine Sache dürfen Sie niemals vergessen. Alles das, was Sie jetzt gesehen haben, das gilt vom Preis her nur 120 Minuten, Koshi. Genau. Also schlagen Sie zu, entweder Sie rufen uns an und wenn das Callcenter ein bisschen überlastet ist, sehen Sie sonst nach, denn ganz viele bestellen den ganzen Tag lang. Und deswegen können Sie natürlich auch, wenn Sie keine Lust auf Warten haben, einfach im Internet bestellen unter www.pearl.tv. Wir wünschen Ihnen eine wunderschöne Sommerzeit.